Hallo Freunde, willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ich starte gerade die neue Aufnahme-Session und naja, ich habe den Rechner, den Gaming-Rechner, jetzt mal auf Windows 10 aktualisiert. Deshalb seht ihr, wenn ich ein bisschen an der Lautstärke rumspiele, da jetzt auch diese neue Einblindung. Ansonsten hoffe ich, dass einfach alles flüssig läuft jetzt. Ansonsten wird es ein bisschen holen mit den nächsten Tagen. Okay, gucken wir einfach mal, wie sieht es denn aus? Wir haben noch eine Menge Missionen, ich habe einige Nebenmissionen abgeschlossen gerade eben. Und dabei ist die Kampfeinheit ein bisschen gesunken, denn wir haben wieder einige Leute verloren und einige andere sind auf der Krankenstation. Da sollten wir aber eigentlich nicht lange bleiben. Naja, ein bisschen verletzt. Nichts allzu wildes. Lassen wir gerade ganz kurz noch gucken, ob wir noch Unruhestifte haben. Waffenspiele haben wir eine ganze Menge. Wow. Wie gesagt, neue Aufnahme-Session startet. Ich brauche immer ein kleines bisschen, um mich einzufinden, aber es sieht ganz gut aus. Wenn wir schon dabei sind, könnten wir auch mal gerade gucken, nach den Entwicklungen, ob da gerade noch was läuft. Ich glaube, da müsste noch was laufen bei den Scharfschützengewehren. Jupp. Da fehlt uns noch ein bisschen was bei den Leveln, damit ich da die Schalldämpfe entwickeln kann. Ansonsten würde ich sagen, wir schauen jetzt einfach mal nach der nächsten Hauptmission. Viel bleibt da ja nicht mehr übrig, oder? Kommunikationsanlage zerstören. Überleben. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dieses Überleben bedeutet. Ich würde sagen, das finden wir einfach raus. Den östlichen Kommunikationsposten, den haben wir schon ein paar Mal besucht. Heading to Afghanistan. Ha 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 ha. Okay, ich kann mir vorstellen, was das mit dem Überleben ist. Wir kommen nicht auf den, ähm, Missions-Ausfallbildschirm hier, wo wir unsere Ausrüstung anpassen können. Heading to Afghanistan. Aber, sind wir mal ehrlich, das haben wir in den letzten Missionen sowieso nicht wirklich benutzt. Also, fangen wir einfach mal an. Ja, direkt hier, ohne Ausrüstung auswählen zu können. Oh. Wir haben auch keine moderne Ausrüstung. Wir haben so gut wie gar nichts. Äh. Wir haben nichts. Ich habe nur den Arm als... Wow. Okay, ich muss gestehen, auf so eine Mission hatte ich mal Lust ohne Begleiter, ohne irgendwas. So eine richtige Oldschool. Ähm, bei den ersten Metal Gears war es so, dass Snake einfach nur mit einem Messer bewaffnet in das Missionsziel reinging. Er hatte allerdings immer ein Päckchen Zigaretten dabei. Oder im Falle von Big Boss eine Zigarre. Und ja, Missionsziel war eigentlich immer, oder ein Teil der Mission war immer... Ähm, Ausrüstungsbeschaffung vor Ort. Okay. Ähm. Jetzt bin ich ein bisschen erschlagen. Das bedeutet, wir gehen hier vor gegen... Leute mit üblicher Ausrüstung. Das war einfach... Ja, ich weiß, wo der LKW geparkt ist. Wir stehen direkt davor. Wo sind deine Freunde? Oh. Da sagt ihr mir wirklich, wo der LKW ist. Analyse complete. Na super. Okay, wir haben eine Hauptwaffe. Hahaha. Das ist fantastisch. Okay. Ja, Ausrüstungsbeschaffung vor Ort. So muss das eigentlich laufen. Beim Erfittieren. Ach Gott, das Ding hat ja einen Wendekreis wie ein LKW. Wo man das wohl liegt. Ja, dann jetzt den nächsten Außenposten. Die Frage ist... Wie sind die ausgestattet? Haben die die Schilde, haben die Helme, haben die schutzsichere Westen? Ähm. In letzter Zeit haben die angefangen, Scharfschützen zu postieren. Um den eigenen Leuten Deckung zu geben. Es gibt Minen, um... Ja, die Landschaft ein bisschen einzuschränken, wo man sich nähern kann und so weiter. Dann haben wir keinen Begleiter dabei. Der hat nur A-Werte, in Anführungszeichen. A-Plus, den möchte ich mitnehmen, wenn es geht. Ja. Dafür, dass ich jetzt ein paar Tage nicht gespielt habe, ist das eine ganz schöne Herausforderung. Da muss man sich mal wieder ein bisschen konzentrieren und vielleicht ein bisschen langsamer vorgehen als gewohnt. Schließlich haben wir diesmal keine Quiet, die uns den Hintern rettet. Sieht aber fast so aus, als wäre das einigermaßen ruhig hier. Schalldämpferwaffen haben wir auch keine. Und ja, die Prothese, die wir dabei haben, ist im Prinzip die Startprothese. Die hat keine besonderen Fähigkeiten. Wir können das so nah nicht benutzen. Wir haben nicht den Raketenarm. Wir haben auch nicht die Hand von, äh, Jacuzzi oder wie das Ding heißt. Dementsprechend Oldschool. Wir schleichen. Wie hat Frank Jäger schon gesagt, Nahkampf ist die Basis aller Kämpfe. Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, ein Schleichanzug wäre mir jetzt gar nicht so, ähm, unwillkommen. Ich hätte ganz gern einen. Einfach, ähm, damit die Schritte nicht so laut sind. So, ich glaube, das Ding haben wir schon, jawohl. Das war jetzt nur der mit den A-Werten. Und den ging es mir eigentlich gar nicht. Richtig. Langsam gehen ist ja jetzt auf C. Oh je. Egal, wie ich die Steuerung einstelle. Es gibt immer was, womit ich nicht so ganz klar komme. Blumen pflücken können wir gleich machen. Ihr habt Gefangene? Okay. Okay, und das war auch die Meldung, dass wir den Außenposten haben. So muss das sein. Gibt extra Heldentun. Das passt. Ah, hier drüben gibt es einen Gefangenen. Macht Sinn. In der Hauptmission. Das Missionsgebiet ist riesengroß und das Missionsziel ist am anderen Ende der Karte. Also wird der wahrscheinlich irgendwas können, was uns noch fehlt, was irgendwie wichtig wird. Irgendwann mal. Ist jetzt natürlich leicht ätzend, dass das so weit weg ist, aber schön, dass wir den noch gefragt haben. Naja. Und ich bin froh, dass ich den LKW nicht weggeschickt habe. So kommen wir einigermaßen in die Nähe von dem Dorf. Und können den Gefangenen rausholen. Auch wenn das in der momentanen Ausstattung nicht so ganz einfach wird. Könnte das ein Schalterempfungsspezialist sein, zum Beispiel, den ich schon eine Weile suche jetzt. Damit könnte man was anfangen. Jede Menge Forschung. Okay, das heißt, wir fahren einfach mal zum nächsten Lager. Und gucken uns das wohl an. Wobei wir da an einem Außenposten vorbei müssen, beziehungsweise ziemlich nah ran müssen. Können wir mal ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass wir quer durchfahren. Das wäre ein bisschen blöd. Und aus dem Missionsgebiet möchte ich auch nicht rausfahren. Das wäre ebenfalls reichlich. So, da vorne haben wir den Außenposten. Fahren wir mal kurz ein bisschen rechts ran. Und schauen wir mal. Okay, wir können linksrum noch eine ganze Menge außenrum hier. Dann fahren wir lieber mal diesen Schleichweg, sage ich mal. Ziel ist es, hierher zu kommen. So, irgendwo, wo wir die Federung so richtig killen. Ja, mit mangelnder Ausrüstung möchte ich natürlich jetzt überhaupt keinen Alarm auslösen. Noch weniger als sonst. Dementsprechend so wenig Kämpfen wie möglich. Okay, da komme ich zum Glück noch raus. Hätte mich nicht gewundert, wenn ich das Auto jetzt so gepackt hätte, dass ich es nicht mehr frei bekomme. So, den lassen wir erst mal hier so stehen. Der steht ganz gut. Wir sind nah genug an dem Ziel, wo ich hin wollte. Dann schauen wir mal nach dem Gefangenen. Der ist da vorne. Okay, deshalb von der Seite hinkommen. Das Haus steht ziemlich am Rand. Da vorne ist das so ein kleiner Fluss. Und über den kommt man recht leicht drüber. Was mir hier nicht gefällt, ist, dass die ziemlich gut ausgestattet sind. Den einen habt ihr gesehen. Schwerer Infanterist. Vollpanzerung, Helm. Komplette Programm. Das könnte knifflig werden. Okay, den hätte ich für eine Trappe gehalten. Aber gut, ein paar Trappen mit so riesen Raketenwerfer gibt es eigentlich nicht. Oh, der wäre nicht schlecht. Für die Unterstützungseinheit. Nee. Naja, schauen wir erst mal. Moment, ich habe hier nicht mal. Ich habe nicht mal das Magazin zum Werken. Um Leute abzulenken. Ach, du Schande. Da muss ich ja wirklich auf das kaputte Handgelenk von Snake vertrauen. Das finde ich nicht lustig. So, mein Freund. Was kannst du? Waffenschmied Gewehre mit lausigen Fähigkeiten. Was zum Teufel treibe ich hier eigentlich? Ach, jetzt bin ich so weit hergekommen. Jetzt nehmen wir noch mit. Oh, ist das ein Schmurks. Jetzt haben wir den Pfeifenheiler am Bein hängen hier. Ja, Boomloch ist auch noch nicht fertig. Wie ihr seht. Das hat ja über zwei Stunden gedauert zum Erforschen. Und es forscht nur, solange man eben auch spielt. Dementsprechend braucht es noch ein bisschen. Gut, dann ist die Frage, nehmen wir jetzt den Rest von dem Laden auseinander? Den S-Rang-Soldaten hätte ich eigentlich ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Und den da nicht so sehr. Ups, was bist du denn? Schleicht sich da durch die Schatten. Habe ich sonst noch ungebetene Gäste? Na, da vorne drei Stück. Wir könnten den als erstes auseinandernehmen. Und ihn vielleicht mal ganz lieb fragen, ob sie vielleicht noch einen Gefangenen hier haben oder so. Gibt hier noch reichlich Hütten. Ich will nicht jede einzelne angucken müssen hier. Jep, da höre ich auf jeden Fall noch einen Gefangenen. Oh, super. Okay, hier gibt es keinen Reflexmodus beim Überleben. Nicht, dass mir der jetzt wirklich was gebracht hätte, aber ich hätte schon ganz gerne gehabt. Ja, nachts schießen die Flares nach oben, um die ganze Gegend hell zu machen. Und das gibt natürlich dann gewisse Probleme, weil wir vielleicht entdeckt werden. Macht das, begibt ihr euch zur letzten bekannten Position, dann laufe ich ein bisschen außen rum. Ah, eine Trappe. Sprengstoff habe ich auch keinen dabei, das heißt, permanent wird schwierig. Aber wir können mal gucken, dass wir ein paar Lichter ausmachen. Wobei das jetzt weniger war, als ich gehofft hatte. Oh, ein Sandsturm. Werde ich das Schlechteste? Oh, das sind noch jede Menge Leute in der Nähe. Oh, fantastisch. Das läuft richtig gut. So gar nicht. Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Na ja, gleich ist das ein Sandsturm. Dann können wir uns ein bisschen umgucken. So viele Leute wie möglich ausschalten. Ach Gott. Wer hat denn diese Plane da oben gespannt? Das gibt es ja gar nicht. So, jetzt aber. Jetzt sagt mir nicht, ihr bombardiert euer eigenes Hauptquart. Wie doof seid ihr eigentlich? So, lasst uns doch mal kurz drüber reden, was ihr hier treibt. Diamanten sind mir egal. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass die uns noch was über Gefangene erzählt, aber sollte wohl nicht. Aber wir haben uns ein bisschen verbessert, was die Sekundärbewerfung angeht. Von nischt zu Raketenwerfer. Jep, da kommt die nächste Flare. Ja, da kommt die nächste Flare. gut, den hätten wir. Und den bringen wir natürlich jetzt erstmal ein bisschen in Sicherheit hier. Uns natürlich auch. Wir haben ja keine Sekundärwaffen. Was kannst du eigentlich? Ah ja. Du kommst mit. Dann passt das. Das sind vier Leute. so gefällt mir das. Leute, ich komme von der Krankenstation runter. So kann man arbeiten. So, wir lassen es wieder ein bisschen ruhiger angehen. Es sind nur noch vier Leute hier. Dann haben wir das ganze Lager zerlegt. Au. Komm, steh. Boss, das ist ein seriöses Injury. Das wird nicht sein eigenes Es wird nicht sein, mit dem ersten A. Ist das mir klar? Aber nicht während ich unter Beschuss stehe. Oh Gott, da kommt noch einer. Wie konnte ich den verfehlen? Mit dem Raketenwerfer? Sack und Asche. Der ist auch schwer gepanzert. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Warum haben die alle komplette Bewaffnung? Oh je. Naja, es sind ja nur noch vier Leute. Ich treffe natürlich auf einen, der noch nicht markiert ist. Und dadurch, dass die so verdammt hart gepanzert sind, wird es natürlich interessant. kommt. Oh, da kommt ein... Na super. Und ich habe den Raketenwerfer schon aufgebraucht jetzt. Okay, da war noch einer mit dem Raketenwerfer. Den kann ich benutzen, um den Hubschrauber zu killen. Ich sehe schon, die Überlebensmissionen sind ein bisschen härter als das, was wir bisher hatten. Da seht ihr mal, welchen Unterschied die Ausrüstung macht. Und ein Begleiter. So, die laufen bei der Suche für gewöhnlich mit zwei Leuten rum. Die sind sogar zu dritt. Oh Mann. Er muss nur hier nach links gucken, dann sieht er mich. So, jetzt kommen wir hier raus. Hier sind wir einigermaßen gut aufgehoben erst mal. Deckung rundherum. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Da sieht uns die Hubschrauber nicht. Wir können einen großen Rohdiamanten mitnehmen. Läuft. Wie sieht's aus? Hier sind zwei Leute einzeln unterwegs. Der wird am Mörser sitzen und für die Flares verantwortlich sein. Die Flares sind natürlich ein Problem, weil der Hubschrauber uns dadurch leichter sieht. Und ich war ja so schlau, den Raketenwerfer zum Teufel zu schicken. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich den am Mörser zerlegen müssen, um mit dem Hubschrauber fertig zu werden. Okay. Der Hubschrauber wird wahrscheinlich bald umdrehen. noch passt's. Verhören können wir den woanders. Ich bin da weg, bevor der Hubschrauber kommt. Ja, ob nachzuladen, pack ich den Typen und hau an. Wo kommen die alle her? Hä? Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Das werden Leute gehört haben. Dementsprechend gibt's demnächst noch mehr Verstärkung für die. Wichtig ist mir, dass ich den Raketenwerfer einigermaßen schnell kriege. Bist du der Raketenwerfer, Schütze? Nein, bist du nicht. Du bist schwer gepanzert. Oh Mann, diese schwere Panzerin geht mir auch gewaltig. Die Keks. Okay, wir müssen hier weg. Drei Leute auf einmal. Alle drei schwer gepanzert, soweit ich sagen kann. Das schaffe ich nicht. Nicht ohne Granatwerfer oder irgendein Blödsinn. Die C4-Ladung wäre toll, damit ich wenigstens einen Hinterhalt legen kann oder so. Ah, sehr gut. Wir haben wenigstens eine Sekundärwaffe. Soweit ich das sagen kann, sind es jetzt drei Leute nur noch. Ja, kein weiteres Bewegungsfeld hier. Der Hubschrauber hat sich zurückgezogen. Mann. Oh, haben will. Ich könnte fast sagen, es läuft. Raketenwerfer hatte eh keine Munition mehr. Machen wir das so? Mit dem Scharfschützen gefühle ich mich wohl als mit einem Raketenwerfer. Auch wenn der Raketenwerfer besser ist gegen die schwer gepanzerten Leute. Gut. Wo sind deine Freunde? Das hätten wir. Oh, das wird eine furchtbare Werte und so viel Alarme ausgelöst. Bleiben noch zwei. Der schwer gepanzerte und der einen Raketenwerfer. So, jetzt kriege ich den Raketenwerfer im Moment leichter. Wenn ich hier auf der anderen Seite vom Gebäude komme, könnte der gehen. Oh, da wünscht man sich. Okay, ich habe das Bier so nah. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, aber was wir haben, haben wir. Okay, mit dem bis hier. Okay, der kommt durch die Tür, wir krallen ihn uns, er gehört uns. Vielleicht habe ich ein Brett vorm Kopf gedacht. Ich brauche das Material, gut, das ist okay. Okay. Den nehmen wir kurz mit. Den lasse ich auf der anderen Seite fliegen, damit der letzte den nicht unbedingt sieht. Ich glaube, er hat von dem Material gesprochen. Wurst, haben wir. Möchtest wir gleich nach links abhauen, können wir ein bisschen hinter ihm her laufen und ihn uns krallen. So weit, so gut. Die eine Frage nehme ich mit für ein Heldenturm. So oft, wie ich das gemacht habe in der Zwischenzeit läppert sich das. So, entweder ich habe den S-Rang erschossen, dann war es notwendig, tut mir leid für ihn, oder aber wir haben jetzt ein bisschen den Überblick verloren. So, hier drin ist jede Menge Material, das ist mir klar, aber irgendwo hier drüben sollte noch ein Gefangener sein. Da schauen wir mal, ob wir den auftreiben können. Der Hubschrauber ist auch nicht mehr aufgetaucht, dementsprechend brauche ich den Raketenwerfer im Moment nicht, dann ist mir das Scharfschützengewehr eigentlich lieber. Neun Schuss ist jetzt nicht so der Kracher, besonders weil ich in letzter Zeit ziemliche Grütze zusammensieht. Was bist du für einer? Ein Retter mit richtig tollen Fähigkeiten. Äh, Werten. Naja, wir lassen ihn natürlich nicht zurück als Retter. Das gibt's überhaupt nicht. Subjekt aufbauen. Okay, ähm, Nebenmission erfüllt, das war zwei im Dorf festgehaltene Personen rausgeholt. Das bedeutet, hier gibt's keine weiteren Gefangenen mehr. Wir könnten jetzt noch den Nachzügler hier ausschalten. Das ist der Teufel, wo der herkommt. Ja, die haben noch einen erwischt, ich weiß. Da lagen zwei direkt in der Nähe und da hat bisher nur einen gesehen, glaube ich. Terrorismuspunkte den nehmen wir mit. Und wir sagten ihn ein. Na gut, dann gehen wir mal zurück zu unserem Taxi, beziehungsweise sammeln noch ein paar Rohstoffe und dann zurück zum Taxi und dann zum Missionsziel. Oh, ich sag euch, die Überlebenmissionen sind natürlich mal ganz schön und spannend, aber im Großen und Ganzen deutlich aufwendiger als die bisherigen Missionen. Soviel zur Kommunikation. Rücken voll. Moment. Bedeutet, yay, volle Munition fürs Scharfschützengewehr. Da kann man dann wieder einiges reißen. Super. Okay, dann würde ich sagen, für heute Feierabend. Erste Aufnahme Session im neuen Betriebssystem. Läuft bisher ereignislos. Und ja, wo sehen wir uns? Ich glaube, die Fahrt mit dem LKW ist reichlich uninteressant. Hier ist jetzt alles in Alarmbereitschaft. Ich würde sagen, wir treffen uns ungefähr hier. Es sei denn, hier gibt es neue Leute, dann treffen wir uns ungefähr hier. Marker placed. In der nächsten Episode. Bis dahin, dann macht's gut. Halle Bjornstall. Ciao, Freunde.